Einen recht schönen guten Samstagmorgen, der 5. November wird schön gehen. Ich habe gerade den Galloway-Rinder Mais-Silage gegeben plus Kartoffeln plus Stroh. Hier habe ich Mais und Kartoffeln. Auch die Kühe bekommen Mais und Kartoffeln. Und sie haben in einer Raufe noch Gras-Silage. Also die Fütterung hat begonnen, nicht mehr ausschliesslich Gras. Es gibt etwas verschiedenes dazu. Gras ist nicht mehr so viel. Das ist nicht mehr so viel. Das ist nicht mehr so viel. Ja, und schon wieder tanken. So ein Preis von 2,24 Euro. Dann geht es nicht mehr so viel. Und dann geht es nicht mehr so viel. Und auch das 64 Liter reingegangen. Hopp hopp angefeuert. Das Problem ist, den Sommer über haben wir da nicht gut geschaut. Da war lange Zeit kein Wasser drin. Jetzt ist er zusammengedohrt und verliert viel Wasser. Jetzt machen wir einmal eine Probefeuerung mit warmem Wasser, damit sich das Holz schneller wieder schliesst. Hoffen wir jedenfalls. Der Ofen ausserhalb des Hotpots. Es gibt mehr Platz im Hotpot. Leicht temperiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. 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 Ciao.